Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HRS unterwegs mit und zwar aus Barcelona. Also schöner kann es ja eigentlich nicht sein. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Ich treffe jetzt eine Frau, die hat es wirklich auf dem Kasten. Es ist Laura Cordes, sie hat ein Label, eine Firma, das auf den Namen Gadoré hört. Sie wird Licht ins Dunkel bringen, wird mir erzählen, was los ist und darauf freue ich mich wahnsinnig. Erzähle mal, wer bist du, was machst du und warum sind wir eigentlich in Barcelona? Ich bin Gründerin von Gadoré. Gadoré ist der erste Marktplatz speziell für Businesskleidung für Frauen. Wir helfen der modernen, berufstätigen Frau, das richtige Outfit für die Arbeit zu finden. Wir bieten personalisierte Empfehlungen, Inspirationen, Tipps, alles rund ums Thema Powerstyle für die Frau. Und deswegen bin ich auch hier, weil wir als junge Start-up natürlich auch immer wieder neues Geld brauchen, um schnell zu wachsen. Du bist auf Investorensuche. Richtig, genau. Und das machen wir auch europaweit, beziehungsweise international. Und jetzt habe ich hier heute Nachmittag noch einen Termin mit einem Investor. Und das ist dein Outfit für das Meeting mit dem Investor? Ja, ich gehe nachher einfach weiter. Gibt es da jetzt irgendeine Strategie dahinter? Also machst du den Kleiderschrank auf und sagst, so heute hätte ich gerne zwei Millionen Euro Invest. Dann nehme ich ein MINT-farbenes Sakko oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt ein recht lockeres Outfit, wie du ja auch sagtest. Mit dem Blazer gibt es so ein bisschen Ernsthaftigkeit vielleicht dazu. Das hat immer so ein bisschen diese Assoziation Business, worum es ja auch geht heute bei meinem Termin zum Beispiel. Aber gerade in der Start-up-Szene ist es ziemlich locker, eher casual. Deswegen würde ich jetzt hier auch nicht in so einem formalen Business-Outfit irgendwie unterwegs sein wollen. Eine Frage hätte ich dann doch noch, als wir uns gerade begrüßt haben. Was hast du denn gedacht, als du mich schwarz in schwarz mit meinen, ich sage immer Lehrer-Schuhen gesehen hast? Ja, also ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Was vielleicht auch ein gutes Zeichen ist, weil es einfach angemessen scheint. Also es fällt jetzt nicht irgendwie auf. Damit kann ich wunderbar leben. Du hast einen Koffer. Genau. So, die packst du dir? Ja, ich kann ihn dir gerne mal zeigen, wenn du magst. Ja, das würde mich jetzt halt echt mal interessieren. Es kann bei mir nur besser werden. Okay, gerne. So, das ist er. So, genau. Mit dem bist du jetzt von Berlin nach Barcelona gereist. Richtig. Und was ist da jetzt so drin? Ich will jetzt wissen, wie packt eine erfolgreiche junge Frau ihren Koffer? Ja, da sind natürlich Klamotten drin. Ich habe jetzt hier verschiedene Outfits geplant tatsächlich. Ein paar Blusen, bequemen Pullover auch. Eine leichtere Hose. Ich wusste ja immer nicht, wie das Wetter wird. Ich habe so eine Hose. Es gibt Wetter-Apps, das weißt du, ne? Ja, aber die sind ja auch nicht so zuverlässig. Genau so. Dann habe ich so eine Hose, die habe ich immer gerne dabei, weil die sich super kombinieren lässt. Und ja, schnell sämtliche verschiedene Outfits ergibt, bei jedem Wetter passt. Das ist gut. Das einzig Blöde an der ist ehrlich gesagt, dass sie doch knittert. Dann habe ich hier diesen praktischen Reise-Steamer dabei. Sehr gut. Einfach ein bisschen Wasser rein, genau, in die Steckdose. Und dann kann man das so praktisch... Funktioniert auch wirklich gut? Ja, funktioniert gut. Was mich interessieren würde, also ich habe eine große Vorstellungskraft, bin sehr fantasievoll, aber zu gründen, das könnte ich mir nicht vorstellen. Nee. Wie ist das zu kommen und warum überhaupt? Ja, also mich hat das tatsächlich schon immer gereizt zu gründen. Ich habe auch ein bisschen familiären Background und fand das immer faszinierend, wenn ich irgendwelche Unternehmergeschichten gehört habe, Gründungsgeschichten. Und habe dann selbst auch studiert Business, weil ich lernen wollte, wie man sowas grundsätzlich macht. Und dann kam es aber so, dass ich selbst, als ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, Schwierigkeiten hatte, was Schönes und Angemessenes zur Arbeit zu finden, zum Anziehen. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich tatsächlich nicht die Einzige bin, der das so geht, sondern Freundinnen und Kolleginnen hatten genau das Gleiche. Ja, und dann dachte ich, das kann ja nicht sein. Dass es da keine Lösung gibt. Habe natürlich recherchiert, auch weltweit irgendwie geguckt und es gab keine Lösung. Hattest du denn große, große Ängste, die du durchlebt hast? Oder hast du von Anfang gesagt, das Ding ist wirklich ein richtig geiles Teil? Also ich war schon sehr überzeugt. Ich glaube, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber es gibt natürlich immer irgendwie Ängste. Es gibt Höhen und Tiefen. Gründen ist jetzt kein Spaziergang. Es ist nicht so, wie wir hier gerade durch die Gegend schlendern. Hat es schon mal richtige Tiefpunkte oder schwierige Zeiten gegeben? Vor der Gründung, während der Gründung oder auch im Jetzt, wo du auch mal dann kurz darüber nachdenkst, ach verdammt, hätte ich es nie gemacht. Wäre ich nur im safe Angestelltenverhältnis geblieben und wäre zu Zara gegangen und hätte von der Stange gekauft. Also es gibt auf jeden Fall immer wieder schwierige Momente und es gab auch bestimmt mal einen Tag, an dem ich dachte, ach so ein normaler Job, wo ich dann abends nach Hause gehe und am Ende des Monats einfach mein Gehalt kriege, wäre auch ganz angenehm. Aber dass ich das irgendwie bereut habe, ist nicht passiert tatsächlich. Ich glaube, weil ich einfach so überzeugt bin, dass da was zu tun ist. Und ja, deswegen, ich bin froh, dass ich das so mache. Wir hatten ja eingangs auch darüber gesprochen, wenn man das, was man tut, liebt, das hört sich natürlich immer so ein bisschen nach Plattitüde an, aber es ist ja tatsächlich so, weil man sich dafür begeistern kann und ich glaube, dass man das Gefühl hat, dass es jetzt nicht wirklich wie Arbeit, sondern eher vielleicht auch bei dir wie eine Profession anhört, eine Passion meine ich natürlich, Profession ist auch schön, dann ist es natürlich ungleich einfacher. Ja, total. Ich würde mich auch in der Freizeit mit sowas beschäftigen, mit irgendwelchen Geschäftsideen oder mit solchen Themen. Wenn ich das nicht die ganze Zeit machen würde, dann würde ich es nach einem Feierabend machen von irgendeinem anderen Job. Also total, ja. Das Einzige, was auf wackeligen Beinen steht, was für Überleitungen, ist die Finanzierung. Und das ist bei dir in einem hochriskanten Business der Investor, richtig? Genau. Also als Start-up braucht man immer wieder frisches Geld, um ins Wachstum zu investieren. Das ist ganz normal. Und da gibt es spezialisierte Investoren. Und so einen treffe ich jetzt hier heute Nachmittag. Genau, das ist ein guter Übergang. Ich werde dich jetzt quasi entlassen zu deinem Investoren-Termin. Drück dir natürlich die Daumen, dass er gut ausgeht. Und wir sehen uns nachher dann hoffentlich wieder. Machen wir. Wunderbar. Viel Spaß. Dann bis später. Bis später. Sehr gerne. Ciao. So, also, das war der erste Teil zusammen mit Laura Cordes. Sie hat jetzt einen Termin mit einem Investor. Ich hoffe, es geht gut aus. Und ich werde jetzt mal den einen oder anderen Ort aufsuchen, von dem Laura zu mir sagte, zieh dir den doch mal rein. Das ist typisch Barcelona. Das macht richtig Spaß. Und genau das werde ich jetzt mal tun. Aber vorher möchte ich euch bitte noch bitten, hier unten ordentlich zu kommentieren und diesen Kanal zu abonnieren. Dann bin ich sehr, sehr happy. Bis dahin. Gracias aus Barcelona. Bis dahin.